Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Amnesty International warnt vor weitreichender Bedrohung der Menschenrechte. Die weltweite Bedrohung der Menschenrechte laut Amnesty International. Die Menschenrechte befinden sich nach Ansicht von Amnesty International weltweit unter starkem Druck. Diese traurige Realität wurde im jährlichen Bericht der Menschenrechtsorganisation umfassend dokumentiert und darauf hingewiesen, wie Regierungen, bewaffnete Gruppen und Unternehmen immer wieder die Rechte und die Freiheit der Menschen untergraben. Globale Menschenrechtsverletzungen Amnesty International hat im vergangenen Jahr eine alarmierende Zunahme an Menschenrechtsverletzungen weltweit verzeichnet. Länder wie China, Russland, aber auch die Vereinigten Staaten und Brasilien haben signifikante Menschenrechtsverstöße begangen. Diese reichen von unrechtmäßigen Tötungen über Folter bis hin zu diskriminierenden Gesetzen. Rücksichtslose Unterdrückung und Missbrauch Die Organisation weist auch auf das rücksichtslose Vorgehen von Staats- und Nichtstaatsakteuren hin. Kriege und bewaffnete Konflikte führen zur massiven Verletzung der Menschenrechte und zur Zunahme der Flüchtlingszahlen weltweit. Personen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzen, werden zunehmend bedroht und unterdrückt. Aufruf zum Handeln Amnesty International fordert die internationale Gemeinschaft dazu auf, effektive Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte zu ergreifen. Die Vereinten Nationen und regionale Organisationen müssen ihre Bemühungen intensivieren, um den weltweiten Angriffen auf die Menschenrechte entgegenzuwirken. Währenddessen müssen Einzelpersonen und Organisationen weiterhin gegen diese Ungerechtigkeiten kämpfen. Gleichzeitig erinnert Amnesty International daran, dass jede einzelne Person das Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und andere fundamentale Freiheiten hat. Es ist wichtig, dass wir diese Rechte wertschätzen und schützen, um eine gerechte und friedliche Gesellschaft zu gewährleisten. Quellen Amnesty International, Jahresbericht 2017-18, die weltweite Lage der Menschenrechte. Anita Farke, Mittwoch, 24. April Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören.